Staubfilter oder kein Staubfilter? Das ist hier die Frage. Das O11 Dynamic benutze ich jetzt seit einigen Wochen, Monaten, irgendwas dazwischen und ich bin sehr zufrieden. Es sieht gut aus, es hat viel viel Platz für meine Hardware, Kabelmanagement, ist einwandfrei. Darüber haben wir ja schon gesprochen in dem Unboxing-Video, empfehle ich wärmstens. Das ist so ein gut aussehender junger Mann, der das macht und die Temperaturen sind auch gut. Allerdings geht da ja auch immer noch ein bisschen mehr, sprich weniger. Temperaturen sind immer so eine Sache. Wenn das Gehäuse vernünftig ist, einen guten Airflow hat, gar kein Problem, je nachdem natürlich auch welche Hardware man verbaut hat. Wenn man jetzt zwei 3090er da drin hat, dann kommt ein bisschen Wärme zusammen, ist klar. Aber ich sag mal, bei einem Standardrechner, eine Grafikkarte, eine CPU und ein paar Lüfter, da kann es natürlich auch schon warm werden, je nachdem was man damit macht. Und dann möchte man die Temperaturen so niedrig halten wie möglich und dass dabei der Geräuschpegel auch noch einigermaßen auszuhalten ist. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht ab, wenn das Ding rührt wie so ein alter Käfer neben mir. Deswegen habe ich mir mal gedacht, wie sieht es denn aus, wenn man die Staubfilter entfernt? Denn wir wissen ja, bei dem U11 Dynamic ist es allgemein sowieso vom Aufbau der Lüfter her und vom Airflow etwas anders als bei Gehäusen, die man kennt. Sonst hat man vorne und unten Luft rein, oben und hinten Luft raus. So, fertig Fritz. Bei dem Kollegen hier ist es so, dass wir unten, oben und an der Seite, sprich hier hinten, Lüfter einbauen können. Also, aufgrund der Glasfront vorne können wir vorne natürlich keine Lüfter verbauen. Also kommt die Luft von der Seite rein und geht hinten bzw. oben wieder raus. Auf all drei Seiten, sprich unten, oben und hinten an der Seite, sind Staubfilter verbaut. So, in erster Linie halten sie den Staub aus dem Gehäuse, denn wollen wir auch nicht, dass da irgendwann sich Wollmäuse drin bilden oder Spinnen wohnen oder was auch immer. Dafür sind die auch da. Allerdings ist ja nun mal auch Fakt, dass viele Staubfilter den Airflow einfach behindern, weil sie schlechte Qualität haben, weil zu viel starres Material verwendet wurde oder was auch immer. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Wie verändern sich die Temperaturen im O11 Dynamic, speziell natürlich hier in meinem Rechner, wenn ich die Staubfilter rausnehme? Separat getestet, einmal oben, einmal unten und einmal an der Seite. Also unten nicht, da ist die Lightbox drin. Da macht das ja keinen Sinn, denn die macht unten ja eh alles dicht. Also sprich oben, da wo die Luft bei mir aus der Wasserkühlung rausgeht und an der Seite, wo die Luft reingezogen wird. Werfen wir doch mal einen Blick drauf. So, ich habe jetzt mal ein paar Tests durchgeführt. Einmal für die CPU, einmal für die Grafikkarte, um die Temperaturen zu vergleichen, wie es denn ist mit Staubfilter, ohne Staubfilter, nur ein Teil Staubfilter und so weiter. Und die Zahlen gehen wir jetzt einfach mal durch. Angefangen mit der CPU. Da haben wir mit allen Staubfiltern, die beim Gehäuse so dabei sind, eine Eideltemperatur von 30 Grad. Und unter Last liegen wir bei 62 Grad Celsius. Also alles tippitoppi. Wie gesagt, die Temperaturen waren vorher auch schon gut. Ich wollte einfach nur mal wissen, kann man da noch mehr rausholen, nur indem man die Staubfilter entfernt. Wenn wir den Staubfilter oben wegnehmen, da wo die Wasserkühlung die warme Luft aus dem Gehäuse rauspustet, haben wir eine Eideltemperatur von 31 Grad und eine Volllasttemperatur von 63 Grad. Lässt man nur die Staubfilter an der Seite weg und den oben aber drauf, liegen wir bei 34 Grad Eidelt und 64 Grad unter Last. Wenn man alle wegnimmt, liegen wir bei 33 Grad Celsius Eidelt und 62 Grad unter Last. So, was sagen uns die Zahlen jetzt? Klar, ein paar Grad Unterschied sind da, aber das liegt auch teilweise einfach an den Messungen. Wenn man den ein und denselben Test zweimal durchführt, können auch zwei Ergebnisse dabei rauskommen. Das passiert nun mal, da kann man nicht hundertprozentig immer das gleiche Ergebnis erwarten. Also unterm Strich gibt es sich nicht viel. Die Staubfilter behindern den Airflow nicht oder nur ganz, ganz wenig. Also kann ich CPU-technisch gesagt ganz beruhigt die Staubfilter dran lassen. Somit muss ich das nicht andauernd sauber machen. Es kommt ein bisschen weniger Staub rein und die Temperaturen leiden darunter nicht. Gehen wir über zur Grafikkarte. Da lagen wir bei einer Eideltemperatur von 32 Grad, unter Last bei 69 Grad. Auch tippitoppi für eine Grafikkarte, gerade in der Faunas Edition, kann ich nicht drüber meckern. Wenn wir den Staubfilter oben weglassen, haben wir eine Eideltemperatur von 33 Grad und unter Last 70 Grad. Die Staubfilter an der Seite weg, oben dafür drauf, liegen wir bei 31 Grad und bei 68 Grad unter Volllast. Lassen wir alle weg, liegen wir wieder bei einer Eideltemperatur von 31 Grad und unter Last bei 69 Grad. Also auch hier, Grafikkarte lässt sich davon nicht beeindrucken, ob die Staubfilter dran sind oder nicht. Sprich, das Gehäuse ist wunderbar konzipiert. Die Staubfilter, die tun genau das, was sie sollen. Sie halten den Staub aus dem Gehäuse, aber beeinflussen die Temperaturen nicht allzu stark. Bis gar nicht. Es ist natürlich von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich. Wenn man natürlich ein Gehäuse hat, wo andere Luftfilter verbaut sind, eine andere Kühllösung, weniger Lüfter, mehr Lüfter, andere Lüfter, andere Hardware. Das kommt immer ganz darauf an. Das hier ist einfach nur mal so ein Vergleich, gerade bei diesem exakten Gehäuse und mit dieser verbauten Hardware, um zu sehen, bringt es denn was. Macht es Sinn? Kann man aber drüber nachdenken, dass man die Staubfilter weglässt für ein paar Grad bessere Temperaturen und man den halt einmal öfter sauber macht. Was haben wir also herausgefunden? In dem Lian Li 11 Dynamic sind die Staubfilter wunderbar. Sie tun, was sie sollen und sie behindern unsere Temperaturen nicht allzu sehr. Ich werde sie drin lassen, denn die Temperaturen, die so bei ausgekommen sind, bin ich voll zufrieden mit, wie gesagt. Und wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Staubfilter? Benutzt ihr die? Seid ihr mit den Temperaturen zufrieden? Oder habt ihr vielleicht andere Lösungen gefunden, um das zu umgehen, ohne bessere Hardware zu kaufen? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein! Schraubfilter 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 Schraubfilter